Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Man of Medan der Fluch vor diesem Kerl hier oder zumindest verstecken wir uns gerade nein scheiße ich hab mich verklickt Verdammt oh Mann genau jetzt ja total die widerstehen allem möglichen Zeugs keine Bewegung und keiner von euch verwandelt sich umgreden sachte ganz sachte okay okay und keine Verwandlungen und Ende hoch sagte nein nein so doch nicht keine Verwandlungen steck sie einfach weg niemand muss verletzt werden glaubt ihr ich wollte jemanden verletzen ich hatte doch keine Wahl oder er ist auch in euch nicht wahr ist er auch es verwandelt sich wieder was meinst du bleib weg bleib weg von dem Dunst was da ist nichts man dieser Dunst nicht einatmen machen wir mal so warum nicht einatmen was passiert dann er lebt macht Sachen lebendig bis nichts sein sollten er ist jetzt drin hier bei uns jetzt die Panik hier stopp stopp er ist in uns drin nicht wahr leg das Ding weg los was geht bist du da du sagst mir was ich tun soll ihr habt ihn eingeatmet es passiert gleich ich spüre es äh ja nicht geringschätzig okay na schön gut also da war etwas vorhin vielleicht Nebel oder Dunst vielleicht ich hab's ja gesagt hast du eingeatmet äh nein schau wir hielten die Luft an wir haben das nicht eingeatmet alles gut ach wirklich ich weiß ihr seid alle Taucher aber das kaufe ich euch nicht ab warum wir sind hier unten seit Stunden könnt ihr so lange die Luft anhalten haltet ihr sie jetzt auch an oh Gott der Dunst ist in mir drin oder äh er ist in mir nicht wahr ich spüre bis sich alles in mir dreht er verwandelt mich ach du scheiße äh 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 nein nein ich seh da nichts alles klar man da ist kein Dunst Schluss blöd Licht ihr seht es doch alle im Meer nicht wahr ihr lucht doch alle der Dunst ist in mir hoffentlich geht das gut aus hier oh äh hey Mann komm schon leg doch zu nicht scheiße verdammte scheiße er hat ein bisschen zu viel eingeatmet von diesem Dunst ich weiß jetzt hast du dir hast du dir die Waffe angepackt oh mein nein ach du kacke verständlich wer hätte das nicht getan erstmal die Waffe greifen verlauert 4 uhr 44 im warte beim Funkgerät warum ich will mich da mal umsehen vielleicht liegt da noch brauchbares Zeug rum äh ich geh doch nicht weit warte beim Funkgerät ok jetzt oh nein konzentrieren ok geschafft diesmal nicht verklickt mit dem zittrigen Daumen Hallo äh wer ist denn da hinten wer ist denn mal dieser Typ in diesem Anzug ich weiß jetzt nicht was passiert nichts Schlimmes hier geht es irgendwie nicht weiter ja hier hier ist also nichts zu finden nochmal weiter schauen Verteilerkappe finden hoffentlich geht alles gut jetzt sind ja alle wieder unten ich glaube rechts kann man mich auf jeden Fall nicht weit das war wohl das Geräusch eben oh nein was war das ist doch egal wir brauchen die Verteilerkappe hier er muss hier lang gekommen sein ok ist das ne was war denn hier das wird jetzt nochmal spannend glaube ich da ist er oh 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 hier ist irgendwas okay Ja, wir haben ein Problem. Ach du Scheiße. Gut. Ich muss jetzt mal schauen. Also Ihnen hat es ja gerade ungenietet. Das war natürlich ein musikalischer Übergang gerade durch diese Tür. Ach du Scheiße. Gleich eine Erscheinung, die man leicht merkt. Nein, ich wollte... Ach du Scheiße. Oh nein. Ich würde jetzt nicht... Ich könnte mir da ein Biesen holen oder so. Ich habe nichts anderes übrig. Oh, was? Nein. Nein. Nein, die ratten mich an hier, ey. Hallen mich einfach diese Ratten an. Was soll ich denn machen jetzt? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geht jetzt ab. Äh, was? Haste Hölle. Nein. Nichts vorbei. Oh, oh. Okay. Alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Fliss. Ja. Hab dich. Jetzt habt ihr es mal live gesehen. Hier kann ich eine kleine Aufklärung machen. Das hätte jetzt euer Koop-Spieler sein können. Den ihr nur so gesehen hättet. Und das ist mir beim ersten eigenen Lauf passiert. Dass ich so gesehen worden bin. Und dann wurde ich angegriffen. Ich habe das jetzt extra nicht gemacht. Damit wir hier einen ganz anständigen Lauf hinkriegen. Und genau. Das ist eine dieser Sachen. Die ultra gut im Koop umgesetzt sind. Ihr wundert euch vielleicht. Warum habe ich da nicht angegriffen gerade? Eben weil ich wusste. Was da los ist. Und deswegen hatte ich auch diesen einen Skelett nicht angegriffen. Mit diesem. Ihr wisst noch. Der auf mich zukam. Mit dem. Wo wir da dieses komische Restaurant gefunden haben. Und das wäre nämlich in dem Fall. Brad gewesen. Und wenn ihr jetzt Koop spielt. Wäre einer dann Brad gewesen. Und der andere wäre dann Fliss gewesen. Wenn ihr dann euch nicht absprecht. Dann wisst ihr natürlich jetzt gerade nicht. Dass der vor euch. Euer Koop-Mitspieler ist. Und das haben die richtig gut umgesetzt. Schauen wir mal. Was hier passiert. Wir haben die Verteiler. In der Kappe. Sind zu viert. Ist gut. Die Raten sind alle tot. Ne? Los. Okay. Kann losgehen. Oh oh. Und die geht nicht an. Gott sei Dank. Okay. Wir haben das hier verlassen. Und wen haben wir hier? Den Kerl haben wir vergessen. Und der kommt nämlich um uns zu holen. Haben wir ein Problem. Ich hoffe natürlich, dass alle überleben. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausgeht. Ich hatte das Ende so noch nie. Hoffen natürlich, dass alles gut sein wird. Hoffe es. Was zur Hölle ist das hier? Nein, geh da nicht rein. Nein, nein, nein. Das bleibt mir die Verstärkung, die ich gerufen habe. Nein, geh da nicht rein. Alex, Julia. Seid ihr hier? Oh nein. Nein. Ich hoffe, es geht alles gut. Das sind wir. Ich will nur wissen, wo mein Vater ist. Er wollte uns helfen, Hilfe holen. Aber er weiß nichts über Boote oder Segeln. Ich hoffe nur, er lebt. Er ist okay. Gott, hätten wir uns doch nicht getrennt. Oh nein, hoffentlich. Oh nein. Hoffentlich geht er jetzt nicht noch drauf zum Schluss. Okay, hier kommt der Abspann. Aber das schauen wir gerade noch, denn es kommt da noch eine Szene. Ein paar, glaube ich. Vielleicht aber auch nicht. Ist es nicht. Das wäre aber echt blöd, wenn er noch drauf geht. Aber so richtig. Herzlichen Glückwunsch. Alle Passagiere sind noch am Leben. Und das ist doch was. Schätze ich. Es wurde ganz schön heftig, aber Alex behielt die Nerven. Gut gemacht, Alex. Und sie auch. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile. In Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt. Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Oh ja, es gibt immer Konsequenzen. Und jetzt ist die Frage, die jetzt noch sind. Und wird wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das gilt auch für euch. Das ist unvermeidlich. Oh, ist unvermeidlich. Ja. Kommen wir mal gerade weiter. Ähm. Aber ich glaube, ich kann das sogar überspringen. Überspringen es einfach. Ich hoffe. Genau. Ähm. Überspringen nochmal. Auf jeden Fall ein nettes Lied. Ähm. Schauen wir mal hier noch was. Sorry. Vom Ende. Jetzt quasi die Zusammenfassung. Oh nein. Oh nein. Diese Szene, oder? Ach du Scheiße. Wie fies. Mann. Wie fies. Und das hier ist das Abenteuer, wo wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir hier nicht noch eine Runde machen. Und dann auch ganz blind. Okay. Sehr gut. Wer ist da? Wer die Lust hat. Ich esseorted mal mit euch. Von der Stadt. Oh. Oh. 2020 es geht noch weiter ich lebe dennoch aber das wird wahrscheinlich nicht so wie dieser jumpscare da war ja richtig böse ach Gott okay das war nicht das optimale ende gibt noch ein besseres wahrscheinlich wahrscheinlich darf ich Convert dann nicht gehen lassen es gibt auch ein ende da kommt dann das militär aufs schiff aber selbst das problem ja das war es auf jeden fall mit man of medan ich hoffe dass es euch gefallen hat ihr wisst bescheid beim nächsten mal sehen wir uns dann wenn wir nicht noch einen zweiten lauf machen bei little hope wieder da spiele ich dann ganz blind das fand ich hier natürlich ein bisschen schade ich war einfach selber so begeistert von dem spiel dass ich mir das das erste mal komplett angesehen habe dann muss ich das halt schon mal spielen aber bei little hope dann auf jeden fall komplett blind jedenfalls hoffe ich dass es euch trotzdem gefallen hat dabei wenn man versucht euch so ein bisschen echt da rein zu führen und die jumpscares ganz euch zu überlassen ich würde aber mal sagen dass mir das ganz gut gelungen ist ja jedenfalls hoffe ich dass euch dieses let's play gefallen hat dass ihr ein paar nette erst hattet und ihr auch lust darauf habt dann bei little hope wieder vorbeizuschauen ihr seid natürlich herzlich eingeladen bei anderen let's plays auch vorbeizuschauen ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis zum nächsten mal wieder